Sehen Sie aus der Crystal Cathedral in Garden Grove, Kalifornien, den Weihnachtsgottesdienst mit Robert Schuller und Sheila Schuller-Colman. Mit besonderen Gästen, dem Tenor Daniel Rodriguez, den wunderbaren Solistinnen Ross Jackson und Debbie Tebe, sowie Richard Riverley. Hören Sie den Crystal Cathedral Academy Chorus und den High School Chor, außerdem den Crystal Cathedral Chor unter der Leitung von John T. Bay, das Hour of Power Orchester unter Mark Reilly, sowie Tom Leonard an der Hazel Wright Orgel mit 16.000 Pfeifen. Halleluja, halleluja, halleluja. Heel our place and Lord our God. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja! Halleluja!